servus miteinander seht nur was ich hier habe eine pc engine aus dem jahr 1987 kürzlich kam ein arbeitskollege auf mich zu und sagte hey hardy ich habe da was für dich ich bring dir mal was mit und gestern hat er dann eine tüte dabei gehabt da war diese pc engine drin und jetzt habe ich gedacht machen wir mal ein kleines unboxing einer konsole aus dem jahr 1987 ist doch mal spannend oder zum einen der karton natürlich ein bisschen ramponiert ja na klar aber wie gesagt das ist fast schon historisch ein richtiger oldtimer ich freue mich total dass das teil jetzt hier auf dem tisch liegt und jetzt schauen wir einfach mal rein natürlich alles japanisch gehalten das gab es bei uns nur als import es gab zwar eine westliche version später in den usa als turbo graphics aber in europa bist du da wirklich schwierig dran gekommen obwohl es wohl mal eine version gab die ist glaube ich kurzzeitig in frankreich oder spanien oder irgendwo so gab aber in der regel war das eine import konsole und das ist auch ein punkt warum man das gerät ein bisschen anpassen musste wenn man bei uns damit spielen wollte das sehen wir aber gleich schauen wir mal rein das ist hier noch so ein oldschool styropor karton also da ist nichts auf der unterseite dass man bilder sehen könnte es ist eine anleitung dabei alles japanisch und schön bebildert mit einem maskottchen vielleicht dass wir hier ein paar mal wiedersehen also ganz nett und das ist die erste kleine besonderheit das schauen wir uns gleich an die spiele schauen wir uns auch gleich an die konsole hat meinen kollege gemoddet das hier ist ein rgb anschluss damit betrieb er die pc engine an seinem amiga röhrenmonitor und dafür hat er so ein kabel verwendet die amiga die amigana heißt ihr oder die amigana kennen sich damit sicherlich direkt aus jetzt ist mein problem natürlich so ein kabel kann ich nicht verwenden weil ich keinen alten rgb monitor habe da bin ich jetzt gerade dabei ein bisschen zu gucken aber wie schön klein und kompakt das gerät ist oder super hier werden die hu cards eingelegt also die spiele module sind sie ja nicht wirklich sondern echt coole kleine datenträger schauen wir uns gleich an eingelegt und dann hier vorne verriegelt dann geht der schieber vor also es gibt keine signalleuchte hier wird der controller angeschlossen ja der controller das ist so ein bisschen der punkt wenn man mehr spieler spiele auf der pc engine spielen will dann braucht man einen adapter aber mit adapter waren dann die tollsten sachen möglich die bomber mail reihe meinetwegen hat ihren ursprung auf der pc engine und ja auf diesem kleinen putzigen gerät konnte man schon zu fünf spielen das sind so zwei anschaffungen die abseits von passenden kabel natürlich noch anstehen ein fünf spieler adapter und das ein oder andere bomber man gewisslich auch was haben wir dann noch das dürfte der stromanschluss sein und hinten ist noch so ein serial anschluss da kann man dann auch einen also natürlich peripherie noch anschließen ich meine darüber wurde bestimmt auch die cd erweiterung angeschlossen die es dann später gab und heute gibt es dann auch die möglichkeit noch grafikadapter sondern anschlüsse für für rgb zum beispiel anzustecken damit ich das am modernen fernseher oder an einer röhre zumindest betreiben kann da bin ich jetzt gerade ein bisschen am gucken dann haben wir natürlich noch den power adapter hier mit dem japanischen anschluss da habe ich aber auch schon gesehen hat mein kollege einen zwischenstecker damit das auch bei uns anschließbar ist und der controller den ich überraschend groß finde also er liegt gut in der hand schöner controller hat auch schöne druckpunkte vielleicht ein bisschen schöner in der hand als der s-controller und im vergleich zur konsole das ist schon cool oder wahnsinn also ich freue mich total auf das gerät zu testen und das mache ich dann natürlich mit den spielen das sind die beiden titel die dabei waren kyo kyo dingsbums tiger tiger heli ist es auch bei uns bekannt und bloody wolf das sind beides shooter das eine so ein top down so ein vertikal vertikal scrollender shooter mit einem helikopter cooles spiel müsste in der arcade 1987 auch rausgekommen sein also ich glaube beides sehr frühe pc engine spiele und bloody wolf erinnert vielleicht eine kleine mischung aus konamis contra und heavy barrel also man läuft von links nach rechts aber hat so ein bisschen die ebene die man hoch und runter laufen kann wie in final fight meinetwegen das kann man nur solo spielen bei bloody wolf bin ich mir nicht ganz sicher ich glaube das hätte einen koop wie gesagt da braucht man den adapter für und jetzt haben wir schon gesagt hier gehen keine module rein hier wird nichts oben drauf gesteckt das schauen wir uns gleich noch an oder wir nehmen mal tiger heli hier schauen uns das erst einmal an das schaut im ersten moment aus wie eine ganz normale cd hülle der damaligen zeit ist aber eine who card und wir haben hinten das ist auch eine kleine besonderheit wir haben kein bild der spiele also entweder hast du dich da vorher informiert was für ein spiel du bekommst oder du hast nur diese art works die aber schon also super oder cool gezeichnet tolle bilder wir gucken mal in tiger heli rein hier ist noch eine kleine anleitung mit drin geschickt gelöst und das ist dann die karte und die liegt wirklich wertig in der hand jetzt muss ich noch gucken apropos in der hand ob ich es auch mit einer hand raus bekomme schaut gut aus ja schön oder und wenn ich die jetzt in die konsole einlegen möchte so schaut das dann aus hier wird verriegelt und so würde die konsole dann laufen also wirklich ein wunderschönes gerät ich freue mich da richtig drauf das auszuprobieren mal gucken dass ich noch ein paar spiele her bekomme dass ich es gut zum laufen bekomme erst mal ach aber ihr wisst wie es ist der kollege hat gesagt ja schau mal ob es zum laufen bekommst er wird es natürlich gerne dann auch verkaufen ich habe gesagt ich gucke mal aber letztendlich ich glaube wir alle wissen es wird es bei mir oben landen sagt mir doch gerne mal ob ihr eine pc engine besitzt verwendet was so eure lieblingsspiele dafür sind es gab ja später auch diese cd erweiterung mit dem großartigen rondo of blood das ist vielleicht neben bomberman mit das berühmteste spiel für die pc engine ich glaube so eine richtige sammlung für moderne konsolen mit nur pc engine spielen fällt mir jetzt nichts ein aber natürlich bomberman kennt man heute noch bloody wolf und tiger heli vielleicht eher wenn man arcade fan ist aber das würde mich schon auch interessieren und damit haben wir dieses kleine unboxing eigentlich schon durch ich kann euch die konsole vielleicht noch mal ein bisschen drehen oder damit ihr alle seiten noch mal schön sehen könnt die ist auch super in schuss das muss man auch sagen man kennt es ja vom nes und vom super nintendo also von diesen nintendo konsolen das ist hier der umgebaute anschluss dann gibt es ja von diesen nintendo konsolen dass die von der farbe sich ein bisschen verändern und dann so an gebräunt sind sag ich mal das siehst du hier gar nicht also wirklich ein sehr schönes gerät ja und mit diesem kleinen schnappschuss verabschiede mich bis zum nächsten mal servus